Hi Leute und Hedge, Willkommen zu einer neuen Feier von Neverspeed, Most Wanted und wir machen wieder weiter So, dann würd's sagen, machen wir mal ne Tempeljagd Unser Lexus So, schauen wir mal ruhig hin Wir können ja nicht repetieren Dann müssen wir mal hinfahren So, einmal hier So, verfassen So, und dann lässt wir heute auch den nächsten Most Wanted besiegen Würde ich mal so sagen Oh, das ist ja knapp So, mal gucken Wie viel fehlt denn eigentlich schon, ob ich jetzt nicht zum Most Wanted 10.000, okay Und den anderen dann 115 Meter Aber es muss sein, wir kommen gut voran Das war knapp, der hätte uns auch sehen können, aber So, das wird nicht getan So, aber schon ein geiler Wagen Aber auch nicht einfach zu besiegen, muss ich ehrlich gesagt sagen Reicht nicht einfach, aber wir haben ihn schon noch besiegt Und hier fahren die ihn auch So So Okay, okay, okay Aufpassen Ist das Auto Oder das Spezialauto Ne, okay Okay Und dann hier Wechselstelle, okay Und dann hier Wechselstelle, okay Wir haben ja schon Halt die Hälfte Da vorne ist es Wenn wir durch den Schaffel kriegen mit dem Schneetron, das ist natürlich sehr gut Gut Englisch schreit schon, das ist der Event Dann haben wir den nächsten Most Wanted Auf geht's So, jetzt müssen wir jetzt nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren Ja, fahren Am Ende So Doch Ich hoffe, wir sind nicht geimpft Also, wir hätten hier zu locker sein So Nein! Ah, natürlich hat er mich da reingeknallt. Jetzt müssen wir wieder T-Bau aufbauen. 200... ...neu, warte, oder? 203, ich weiß gar nicht. War einfach so schwer wie es geht. Was machen wir jetzt auch? P200... 0... Nein! Ach, come on! Mann! Oder haben wir jetzt... Nein, haben wir natürlich nicht. Mist! Am Zink haben wir aber... Was? Ach Mist! Okay, machen wir jetzt nochmal. Weil wir brauchen halt Nitro. Es wäre ja ganz knapp um 8 kmh. Natürlich kurz vor uns hier muss ich das natürlich zu fressen. Das ist natürlich klar bei mir. Ich weiß nicht. Okay, der steht ja irgendwie normal. Ja, auflassen. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht. Aber... Ich bin ja ein bisschen Gas gegen und kontrolliert erfahren. Und keinen Crash bauen. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Aber wir schauen nach hinten. Äh... Okay, wir haben Gold. Ist gut. Also muss ich halt nur noch halten. Bis zum Ende. Oh nein. Keine Rhinos. Keine Rhinos. Ich will mir erst noch... Äh... Ja, helfen. Jetzt mal nichts. Oh, gut. Gut, gut, gut. Das wäre jetzt gut. Ich muss nur noch einkorben. Dann passt auch. Anwenden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist die weg? Oder? Die ist immer noch hinter mir. Mist. Ich muss jetzt schnell entkommen. das sieht gut aus beim Glück sind Stufe 1 Wagen das ist echt kein Problem alle Einheiten Achtung! Verdächtiger wurde nicht geordnet Streitdienst zunächst fortsetzen oh oh wir haben Dini, sehr cool was macht der andere? ja das ist doch super ok ja gut, das war jetzt nicht so bedacht na, fangen wir mal gegen den Fronted Wagen auf gehts ein bisschen Glück gerade hier um die Ecke das ist doch kein Problem das gehen wir doch hin noch oder? würde ich auch sagen wir müssen doch gut hin auch in der Zeit was nur noch das Rennen gegen ja gegen ihn gute Verlaufnahmen klappt ja auch heute doch, hat doch geholfen oder auch geklappt oh, ok das war knapp mal wieder ok, dann haben wir schon ok wow wieviel brauchen wir denn jetzt eigentlich noch für nix Moswundet Wagen ok 95.000 wieder, ok 95.000 ist schon noch schon viel, aber ja gut, wenn wir den Steakhaus geben jetzt auch wieder hin, denke ich mal mal schauen wie schnell wir den Moswundet Wagen besiegen doch mal besser als im letzten äh, letztes Mal das ist nicht einfach ja gut, das ist McLaren ok, dann haben wir ja kommen wir sehr gut voran ok ok das war jetzt schnell ok das war jetzt schnell ok das war jetzt schnell ok so bisschen gut aber das weiß so es ist noch knapp äh lange Wände, ok da kann man damit nicht nur noch erster, ist gut wir müssen halt nur noch halten dann haben wir das ja das ist letztes geplant das war ja jetzt selber wenn wir jetzt gucken ok ok wir werden gut nach vorne halten wir haben schon viele Chancen nicht gerne jetzt müssen wir es nur noch nach Hause fahren so wir werden ja das ist noch knapp ja ein bisschen so dass wir den Nagel, äh was sag ich mal ähm der Chargensperren gut ausgewischen sind durch den Sprung so wir werden durch den Kanal mal ah was sagt man oh ok ich bin gerade ein bisschen anders gespannt das hört man bestimmt ran springen ok gut ok ich habe die Fehler gemacht das ist sehr gut wir werden besiegt sehr gut das war doch so schnell als gedacht also ich dachte wir brauchen jetzt bestimmt 2 oder 3 Versuche aber das war total gut also das war gar kein Problem jetzt müssen wir nur noch wieder crashen und dann kommen natürlich ja wir haben ihn sehr gut das war jetzt doch schnell als gedacht alle mal wieder starten dann haben wir es auch schon schnell als packen dann haben wir es Gut geschafft, das ist so gut. Aber wieviel brauchen wir jetzt, wenn ich es muss von dem Wagen? 71.000, ok. 71.000 Wir probieren...